Diktate aus dem deutschen Schrifttum Ludwig Reiners zur Fremdwortfrage Wir wollen eine Wahrheit bekennen, die im Staub des Meinungskampfes oft verloren geht. Je mehr Fremdwörter wir verbannen, desto schwerer wird das Sprechen und Schreiben. Fremdwörter machen das Schreiben bequem und das Verstehen schwer. Erbwörter machen das Schreiben mühsam und das Verstehen leicht. Die reine deutsche Sprache zwingt zum genauen Ausdruck und sich genau auszudrücken ist schwierig. Man merkt dann sogleich, ob jemand etwas zu sagen hat. Deshalb lieben viele die Fremdwörter, die wenig zu sagen haben und ihre Schwäche vertuschen wollen. Aber es ist ein Segen für die Sprache, wenn der Mensch mit dem Ausdruck ringen muss. Wird die Sprache allzu bequem und glatt, so wird die Darstellung leicht oberflächlich und banal. Gerade wenn es hart ist, die richtige Form für den Gedanken zu finden, werden neue und tiefe Gedanken geboren. Im Kampf mit dem Ausdruck gewinnt die Darstellung Tiefe und die Sprache Gewicht. Auch hier gilt der Satz, das Leben ist hart, wenn es groß sein soll. Das Leben ist hart, das Leben ist hart, das Leben ist hart. Das Leben ist hart, das Leben ist hart, das Leben ist hart. Das Leben ist hart, das Leben ist hart, das Leben ist hart. Untertitelung. BR 2018